Ja, ihr Lieben, der 14.3. rückt immer näher und gerade in der heutigen Zeit sind die sozialen Medien ja ein wichtiges Instrument. Wir haben jetzt mal in die Statistik geschaut und ja, wir haben in den letzten Tagen auf unserer Facebook-Seite Freie Wähler Schwalmstadt die 400er-Marke überschritten. Wir danken euch für jeden Like und für jedes Abonnement, was ihr uns hinterlassen habt. Wir haben unseren Wahlkampf sehr stark in die sozialen Medien positioniert, weil es auch gar nicht anders möglich ist. Das heißt, ihr könnt all unsere Themen transparent auf der Facebook-Seite finden. Auch die Wahlkandidaten stellen sich in einzelnen Videos vor und wenn ihr alle Themen nochmal gesammelt sehen wollt, könnt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal vorbeigucken. Schwalmstadt, unsere Heimat heißt ja, wir wünschen ab 14.3. viel Erfolg. Natürlich könnt ihr jetzt auch schon die Briefwahl beantragen und wir hoffen, dass ihr euer Kreuz an der richtigen Stelle sitzt und das ist die Liste 8. Vielen Dank!